Okay. Hauptquartier Scheitel. Boah, ihr seht ja alle aus wie ne Pussy. Boah. Ich bin schon ewig Versteckspieler. Boah, jetzt sieht er richtig aus wie ein Emo. Hier zum Mal hab ich dich nicht mehr gedeckt. Komm her! Das ist interessant. Ja, und wenn ihr reinkommen seid, da rechts war auch noch ein Zimmer. Ich nehme an, dass das Neue ist. Deine Neue? Sag eine, dann ist das noch abwertender. Hi. Na du? Hi. Ich bin Tim. Was ist das jetzt die ganze Wohnung? Oder geht's da hinten nochmal so im Kreis? Ihr letztens sah ja das Zimmer aus wie das Cro-Mando-Schnitt von der Hände. Boah, Alter, ich komm nicht drüber weg. Ich will die Augen im Auto haben. Nein, da ist doch wo. Du gabst was ganz anderes. Boah, die ganzen Elbos und Eros heute Abend. Die Elbos, die Elbos sind viel schlimmer. Okay, viel wichtiger. Wo ist hier der Pott? Ja, ich muss auch. Wo? Ja. Hier? Ja. Ey, das ist gar nicht mal so einfach mit einer Hand. Ja, fett. Ja. 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 Ja.